Okay, also, wenn ich stehen bleibe, dann trifft sie gar nicht. Damit kann ich arbeiten! Das war viel weniger, als davor war! Vielleicht, vielleicht muss ich einfach die richtige Vorarbeit leisten. Wo bin ich eigentlich? Ja, ja, mit einer Hand, ist okay. Ja! Ah, scheiße! Wie gesagt, Junge... Ah! Scheiße! Okay, gut, okay, okay. Vielleicht liegt es wirklich nicht an meiner... an der... Ja... an der Geschwindigkeit, wie ich das mache, sondern wirklich an der Vorarbeit. Das ist durchaus möglich, weil jetzt war das ja wesentlich weniger, als ich vorher... Hier, guck mal, wie soll ich das denn machen? Ja, genau, genau! Junge, wie... No way! No way! Einfach absolut keine Möglichkeit! So, viel, 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 viel! Ah, ausweichen! Und weiter, 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 weiter! Ach, okay. Vielleicht sollte ich es wirklich mit Maus probieren. Mach das jetzt noch einmal. Nee, nee, nee. Ich probiere es mal mit Maus. Och, du Scheiße. Ah, okay. Ach, wo ist dein Backup, Junge? Das mit dem Ausweichen kriege ich noch nicht so gut hin. Aber... Ah! Ey, ich hab doch! Hä? Ah! Also, es klappt nicht so gut. Nee, mit der Maus klappt das irgendwie gar nicht. Vor allem... Das ist sehr merkwürdig. Nee, das klappt überhaupt nicht. Also, das lassen wir, glaube ich, gleich bleiben. Kann ich denn gleichzeitig... Also, ich weiche den jetzt einmal aus. So. Und dann will ich mal probieren, ob das geht. Das... Geht nicht so richtig. Ah! 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 Warum verlierst du den denn aus dem Ziel, du dummen Nuss? Naja, mache ich. Keine Angst. Los, 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 los. Oh! Oh! Wieso klappt das manchmal? Und manchmal einfach so gar nicht. Oh, jetzt hat er mich getroffen, ob er mich getroffen hat. Okay. Also, er muss also hier schreien. Also, er muss also hier schreien. Ich muss ganz viel und er muss... Los, 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 los Okay, also wahrscheinlich habe ich es einfach nicht richtig... Wo bin ich eigentlich? Ah! Süße, du könntest... Ah! Ah, was machst du denn da? Hab ich den Knopf gedrückt. Ah, ausweichen! Schau ich nicht, schau ich nicht, schau ich nicht, schau ich nicht. Ah! Ja, schau ich nicht, war klar. Pfff... Sweetie, ich möchte dich wirklich nicht ab... Nääääh! Ach, schau ich nicht. Aber ich versuche es, ich versuche es! Na, wieder nicht. Vor allem, vor allem, ich, 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 äh... So, 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 und, und, ah! Viel zu wenig, viel zu wenig! Ja. Ah! Okay, okay. Scheiße. Hat er mich getroffen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Bitte, 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 bitte! Ah! Es ist, es ist wirklich körperlich anstrengend. Ach! Ah! So, warte. Ah! No! Es hat eben auch funktioniert. Wieso hast du mich denn getroffen? Weißt du, wie sinnlos du bist? Moment. Einmal durchdurchatmen. Mega schütteln. Boah. Okay, Decken richten. Ordentlich hinsetzen. So, jetzt mit Schmackes. Ordentlich hinsetzen. Aber immerhin habe ich jetzt wieder ein bisschen Spaß, weil ich ein bisschen was rausgefunden habe. Und nicht so wie beim letzten Mal, wo ich einfach nur die letzten paar Mal, wo ich das probiert habe und einfach nur am Kotzen war. So. Hände ausschütteln. Nochmal. Auf geht's. Also das Timing mit dem Ausweichen. Ah! Nee. Habe ich zu wenig Vorarbeit geleistet. Schau wenig. Ich habe dein Leib nicht gestärkt. Napp. Vielleicht muss ich wirklich weiter wegstehen. Also ich... Ja! Wie das denn, Junge? Wie das denn bitte? Ich sehe ja nicht mal, wie viel Anzeige ich habe. Warum ist die Kamera manchmal so mies? Wie war das mit, äh, ich muss weiter wegstehen? Zieh, zieh, zieh! Ah! Nein, Junge, das ist nicht alles, was ich kann. Aber viel. Ja, mach ich gleich. So, das hat immerhin mit dem Ausweichen geklappt. Ich muss mir angewöhnen, dass ich, wenn ich den Spammer mache, dass ich da nicht nochmal hüpfe. Dass ich einfach stehen bleibe. So, pass auf, dass ich hier, so, und jetzt sofort wie blöd drauf drücke. Ah! Okay, aber nicht das Hüpfen vergesse. Beziehungsweise ich habe den Controller zu nah an den Leib gezogen, um dann damit sitzen zu bleiben, dass ich nicht mehr an die Sprungtaste rankam. Weil das dann leichter mit dem Spammen ist. Klingt komisch, ist aber so. So, pass auf, fahre ich mal aus? Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, aber ich muss, ich muss wieder eine Pause machen. Also ich meine, okay, ich habe es jetzt verstanden, aber mir tun schon die Arme weh. Okay, ich habe, ich habe keine, vielleicht sollte ich wirklich ins Fitnesscenter gehen, ich habe keine Ahnung, aber ich kann nicht mehr. Ich tun die Arme davon weh. Okay. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber ich muss, ich muss leider wirklich jetzt wieder aufhören. Ich mache immer nur kurz, es sind immer nur so 5 bis 10 Minuten, die ich das probiere, weil mir dann die Hände und die Arme wehtun. Nicht nur, dass ich, dass ich, dass es wirklich nervig und anstrengend ist, sondern mir tun wirklich die Arme weh. Ich versuche es heute Abend nochmal. Ich muss ja, ich muss, ich muss zwei Stunden spielen, damit ich für nächste Woche genug Aufnahme habe. Ich weiß, das ist ein beknackter Grund, aber trotzdem. Außerdem will ich ja irgendwie weiterkommen. Ich will ja, dass es endlich, dass dieser Kampf vorbei ist und ich weiter spielen kann. Aber der Kampf hier ist echt scheiße. Der ist echt scheiße mit diesem, mit diesem Spammer-Dingens. Ich mag es nicht. Aber ich muss da irgendwie durch. Und ansonsten, wenn, wenn alle Stricke reißen, muss ich sagen, Moj, ich versuche das bitte mal und mache das für mich. Hat er mir ja schon bei Tomb Raider geholfen. Er hat es mir auch jetzt angeboten, als ich ihm gesagt habe, ich kriege das irgendwie nicht hin. Aber ich will es eigentlich alleine schaffen, weil hier ist es wirklich nicht, dass ich das Hüpfen nicht schaffe oder dass das der, dass der Kampf Buggy ist, sondern einfach, dass ich nicht genügend Ausdauer habe. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dann. Tschau.